Herzlich willkommen und hallo zu Online-Medien Knowledge Nuggets. In den letzten beiden Folgen ging es um das Thema Usability, die Gebrauchstauglichkeit von Anwendungen, Websites, Apps und so weiter. Heute geht es um einen Aspekt, welcher die Gebrauchstauglichkeit maßgeblich beeinflusst, nämlich die Farbgestaltung. Zwei Dinge sind heute neu. Zum einen schicke ich das erste Mal meinen Avatar ins Rennen. Hallo, hallo. Und zum anderen habe ich ein Online-Tool eingebunden, mit dem für Sie optional die Möglichkeit besteht, Rezeption mit Interaktion zu verbinden. Dazu später mehr. Nun zum inhaltlichen Teil. Maßgeblich für die visuelle Wahrnehmung des Menschen sind lichtempfindliche Rezeptoren auf der Netzhaut, Stäbchen und Zäpfchen. Die Stäbchen sind für das Sehen bei wenig Licht ausgelegt. Dabei können sie jedoch kaum Farben unterscheiden. Die Zäpfchen arbeiten in Anführungsstrichen unter normalen Lichtverhältnissen. Dabei lassen sie eine Differenzierung nach Farben zu. Mit drei verschiedenen Zapfentypen auf der Netzhaut ist der Mensch in der Lage, bis zu sieben Millionen Farbvalenzen zu differenzieren. Farbvalenzen, also die Eigenschaften von Farbe, ergeben sich aus einer Kombination von Farbtönen, Sättigungsstufen und Helligkeitswerten. Auf dem Bildschirm erfolgt die Farbdarstellung durch eine additive Farbmischung der drei Grundfarben Rot, Grün und Blau. Aus diesem Grund wird auch von einer RGB-Darstellung gesprochen. Nur der Vollständigkeit halber. Im Druck findet das sogenannte CMYK-Farbmodell Verwendung. Dabei handelt es sich um ein subtraktives Farbmodell, bei dem sich die drei Komplementärfarben, also Cyan, Magenta und Yellow, auf einem Farbkreis oder Farbsechseck gegenüberstehen. K steht dabei im Grunde für Kontrast, die Farbe Schwarz. Die Farbwirkung resultiert, wie eben schon gesagt, aus den drei Farbeigenschaften, also dem Farbton, der Sättigungsstufe oder den jeweiligen Helligkeitswerten. Entsprechend wird zwischen hellen und dunklen Farben unterschieden, sowie zwischen gesättigten und entsättigten Farben. Verschiedene Farbtöne bilden dabei einen Farbe-an-sich-Kontrast oder einen Warm-Kalt-Kontrast. Die Farbwahrnehmung ist dabei kontextabhängig. Das heißt, es macht einen Unterschied, ob ich beispielsweise eine Farbe vor einem hellen oder dunklen Hintergrund wahrnehme. Darüber hinaus spielen für die Farbwahrnehmung die Größe einer Farbfläche oder das Flächenverhältnis mehrerer Farbflächen zueinander eine entscheidende Rolle. So scheinen die rote und die gelbe Fläche auf der linken Seite in einem ausgeglichenen Verhältnis zueinander zu stehen, während auf der rechten Seite die rote Hälfte das linke Stück deutlich dominiert quasi an den Rand drängt. Eine differenzierte Farbwahl unterstützt die Belebung von visuellen Botschaften, gleichzeitig lassen sich damit Details betonen. Farben sind dabei nicht nur in Anführungsstrichen eine Designfrage, sondern mit komplexen Assoziationen verbunden. Also Farben stehen für bestimmte Geschmacksrichtungen, Farben symbolisieren Gefühlsstimmung oder stehen für bestimmte Temperaturwirkungen. Dabei gibt es allgemeine, aber keineswegs allgemein gültige Zuschreibungen. An dieser Stelle kommt jetzt die eingangs angesprochene Interaktionsoption zum Tragen. Hinterfragen Sie Ihre Assoziationen, die Sie persönlich mit Farben verbinden, und vergleichen Sie Ihre Assoziationen direkt mit denen von anderen. Hier kommt jetzt der sogenannte Second Screen zum Einsatz. Rufen Sie auf Ihrem Desktop-Rechner, Ihrem Notebook oder Ihrem Mobiltelefon die URL arsnova.eu auf. Alternativ können Sie den hier angegebenen QR-Code scannen. Wählen Sie auf der Startseite die Rolle Student, Studentin aus und geben Sie die Session-ID 27558413 ein. In dem sich automatisch öffnenden Pop-up-Fenster wollen Sie auf Hörsaalfragen antworten, klicken Sie bitte auf Ja. Sie kommen automatisch zur ersten Frage, bei der Sie zu vorgegebenen Attributen eine oder mehrere Farben zuordnen sollen. Nach dem Speichern bzw. Übermitteln Ihrer Antwort gelangen Sie automatisch zur nächsten Frage. Sie können dann auch diese beantworten und die nächste und so weiter. An dieser Stelle aber bitte nur bis einschließlich Frage 7. Alternativ können Sie aber auch immer zurückgehen, entweder über den Zurück-Button oder auf die über die grünen Punkte visualisierten Fragen. Und wenn Sie auf eine beantwortete Frage kommen, dann können Sie sich jeweils die Statistik anzeigen lassen. Das heißt, Sie können sehen, wie haben Sie aber vor allen Dingen, wie haben alle anderen diese Frage oder diese Zuordnung vorgenommen. So, wer also das interaktive Second Screen Angebot nutzen möchte, der klicke bitte hier in diesem Video jetzt zunächst auf Pause, bearbeite die Fragen 1 bis 7 und vergleiche die eigenen Antworten mit denen der anderen. Ansonsten geht es hier jetzt weiter mit den zuvor genannten allgemeinen Zuordnungen, allgemeinen Assoziationen zu einzelnen Farben. So steht beispielsweise die Farbe Grau für Neutralität, Sachlichkeit, aber auch für Trostlosigkeit. Reife, Wärme, Optimismus und Heiterkeit. Dafür steht die Farbe Gelb. Mit wenig Trennschärfe zum Gelb. wird Orange mit Freude, Lebhaftigkeit und Aktivität assoziiert, während Violett für Eitelkeit und damit auch Einsamkeit und Introvertiertheit steht. Braun, die bevorzugte Wandfarbe der 70er Jahre, steht für Sinnlichkeit, Schwere und Anpassung. Auflehnung, aber Trauer, Abgeschlossenheit, Schwere, Einengung, das ist die Farbe Schwarz. Während Grün frische Hoffnung, Entspannung, aber auch Gift und Unreife symbolisiert. Heller macht bei der Farbwirkung unterschiedliche Dimensionen aus. Die erste ist die psychologische Wirkung. Dabei geht er davon aus, dass eben unbewusste Reaktionen und Assoziationen im Kontext von Farben bestehen, die vor allen Dingen auf Erfahrung beruhen. Eine symbolische Wirkung, so Heller, geht hingegen vor allem auf Überlieferung zurück. Das tangiert vor allem die kulturelle Wirkung von Farben, die nämlich in unterschiedlichen Kulturen mit divergierenden Bedeutungen verknüpft ist. In einer globalen Welt wie die, in der wir leben, vermischen sich bisweilen kulturelle Einflüsse. Das heißt, eine Zuweisung von Farbwirkungen zu bestimmten Kulturkreisen kann allenfalls eine grobe Orientierung sein. Das möchte ich am Beispiel von vier ausgewählten Ländern aus vier Kontinenten einmal deutlich machen. Zuvor besteht allerdings für alle Second-Screen-Nutzer abermals die Möglichkeit, sich selbst mit den Antworten der anderen zu vergleichen. Gehen Sie dazu analog wie vorhin beschrieben vor. Vielleicht haben Sie die Website auf Ihrem Rechner oder Ihrem Mobilgerät ja auch noch geöffnet und beantworten dann schlicht die Fragen 8 bis 10. Ansonsten geht es jetzt hier weiter mit den eben angesprochenen vier Ländern. Deutschland, USA, Frankreich, Ägypten und China. Und die Farbe Rot steht in den USA, wie wahrscheinlich auch bei uns, vor allem für Gefahr, während in Frankreich die Farbe Rot vor allen Dingen für den Adel steht. Hier haben wir es mit einer aus der Überlieferung getragenen Farbwirkung zu tun, denn in der Vergangenheit war das Färben von roten Stoffen sehr aufwendig, sehr teuer und deswegen auch nur reichen Personen aus Adel oder Klerus vorbehalten. In Ägypten wird gemeinhin mit der Farbe Rot der Tod symbolisiert, während in China Rot für Fröhlichkeit steht. Blau, das ist die Farbe, die in den USA mit Männlichkeit verbunden wird. Wir kennen das auch. Babys, sofern sie den männlichen Geschlecht sind, bekommen blaue Kleidung, Mädchen rosa. In Frankreich steht blau für Freiheit und Frieden, in Ägypten hingegen für Tugend, Glaube, Wahrheit und in China wird die Farbe blau mit Himmel und Wolken assoziiert. Das dritte Farbbeispiel, was ich ausgewählt habe, ist die Farbe Weiß, die in den USA für Reinheit steht, in Frankreich für Neutralität, in Ägypten für Freude, während Weiß in China Tod und gleichzeitig auch Reinheit symbolisieren. Farben kommt aber auch eine politische Bedeutung zu. So steht Rot für eine linkspolitische Gesinnung und für sozialistische Staaten, während Grün wahlweise für eine ökologische Ausrichtung oder für islamische Staaten steht. Nicht nur einzelnen Farben, sondern auch Farbkombinationen kommt eine politische Wirkung zu. So stehen beispielsweise die Farbkombination Schwarz-Rot-Gold oder auch Grün-Weiß-Orange für Staat und für Macht. In dem Zusammenhang ist es sicher kein Zufall, dass das Trikot von Werder Bremen genau aus diesen drei Farben sich zusammensetzt. Grün, Weiß und Orange. Und das, obwohl die Vereinsfarben doch nur Grün und Weiß sind. Auf eine traditionelle Wirkung hatte ich vorhin im Kontext der Farbe Rot schon hingewiesen. Also Farbassoziationen, die häufig auch mit den Verfahren der Farbgewinnung einhergehen. So erklärt sich beispielsweise im Kontext der Farbe Grün auch die sehr divergierenden Assoziationen. Das Grün, das für Hoffnung steht, für Entspannung, für Natur. Aber eben auch für Gift, das in der Vergangenheit häufig aus Pflanzenextrakten gewonnen worden ist. Der bewusste Bruch von gängigen Assoziationsmustern kann dabei aber auch eine kreative Wirkung entfachen. Denken Sie zum Beispiel an die lila Kuh von Milka. Insgesamt lassen sich Farben sicher als Mittel der Aufmerksamkeitsförderung nutzen. Allerdings aufgepasst, zu viele Farbreize verwirren auch. Das gilt im Kontext der Interfacegestaltung insbesondere auch für Hintergründe. Dabei bietet es sich an, insbesondere bei den Hintergründen sich an der Unternehmensfarbe zu orientieren und diese quasi so als großflächige Visitenkarte einzusetzen. So dominiert beispielsweise ein gesättigtes dunkles Grün die Webseite von Bexpeer, während die Telekom ihr Magenta wahlweise als Schriftfarbe, in der Symbolleiste oder auch als Hintergrund verwendet. Eine besondere Farbharmonie stellt sich insbesondere dann ein, wenn eine der drei Grundfarben weggelassen wird. Dabei können anstelle von Farbwechseln auch durchaus verschiedene Farbintensitäten zum Einsatz kommen. Mit diesem letzten Beispiel bin ich damit auch für heute am Ende angekommen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017